Ich habe Angst, Professor Dumbledore. Jeder von uns hat vor irgendetwas Angst. Ritikulus! Gut, Sie sind dran. Das ist etwas ungewöhnlich. Was Mr. Scamander vor allem anderen auf der Welt fürchtet, ist... ...in einem Büro arbeiten zu müssen. Ich bin ein Nutzer. Fahren Sie fort, Nude. Ritikulus! Magie erblüht. Nur in außergewöhnlichen Seelen. Und trotzdem müssen wir uns im Schatten verbergen. Doch die alten Sitten haben jetzt ausgedient. Ich nehme an, du hast von den Gerüchten gehört. Grindelwald hat eine Vision. Dass er über die Welt der Zauberer herrschen wird. Und du willst, dass ich dabei helfe, ihn zur Strecke zu bringen? Ich kann nichts gegen Grindelwald unternehmen. Deshalb musst du es tun. Ich an deiner Stelle würde vermutlich auch ablehnen. Es ist spät. Gute Nacht, Nude. Na, vielen Dank. Sie unterschätzen Ihre Talente, Mr. Scamander. Ihre Arroganz ist der Schlüssel zu unserem Sieg. Muggel sind nicht unbedeutend. Nicht entbehrlich. Du bist zu gutherzig, Nude. Du hast bisher noch jedes Monster geliebt. Credence? Mr. Scamander! Glauben Sie, Dumbledore wird um Sie trauern? Sind Sie ein Geist? Nein, ich bin lebendig. Aber ich bin Alchemist und somit unsterblich. Oh. Nicolas Flamel. Jacob Kowalski. Sie sehen kein Tag älter aus als 375. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020